Hallo zusammen! In diesem Video zeige ich euch die Quest, eine Verbindung herzustellen, anzunehmen bei Jace Dusterweber in Dalaran, an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Nehmen die Quest gleich mal an und nun darf ich diesen Legionskommunikator mit der rechten Maustaste anklicken, der sich gleich vor Jace Dusterweber befindet. Klicke ihn an. Nun darf ich ein bisschen zuhören. Das wars auch schon. Nun darf ich die Quest bei Jace Dusterweber abgeben. In Dalaran, an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Hoffe ich konnte euch helfen. Ciao! Ciao!